Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Winter Soldier Conviction Gleich mit verbesserten Angriffstaktik Und C4 besorgen Gut, hör mir zu Die können mein Auto zwar nicht mehr mittels GPS orten, brauchen das aber auch gar nicht zu tun, weil sie einen Hubschrauber haben Die ballern mich einfach von der Straße Wir sind so weit draußen, dass es kein Schwein mitbekommen würde Du musst den Hubschrauber also vorher ausschalten Alles klar, ihr sollt mit der Zündung aber noch etwas warten Du wirst dich jetzt mal nützlich machen Wir lassen es erstmal trocknen Und gehen dann noch ein zweites Mal rüber Hast du das funktioniert? Keine Ahnung Oh Mist! Willst du ein Flugzeug-Clown? Oh Scheiße! Kann ich so laut? Scheiße! Er ist weg! Gib auf! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist Zeig mir wie mutig du bist! Komm raus! Oh nein! Wo ist er hin? Mist! Er hat ihn umgelegt! Mist wir! Fischer ist hier! Einen hat er schon umgelegt! Bleib wachsam! War die Dame nicht nett zu dir? So ein Dreck! Was? 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 Er ist tot! Das Schweine hat ihn erwischt! Los komm raus! Man ausgefallen! Wiederhole! Man ausgefallen! Findet den Eindringling und tötet ihn! Scheint ruhig zu sein! Seid wachsam und bleibt über Funk in Kontakt! Komm raus! Wenn es sein muss, durchsuche ich den ganzen scheiß Flugplatz! Position checken! Ah, ich bin einer anderen! Raus mit dir! Ich weiß, dass du hier bist! ich werde dich finden du schwein hast du gehört wenn ihr mal nach oben gucken würdet könntet ist die leute von heute ach du scheiße ich hab hier was für dich du kannst nirgendwo hin los zeig dich du entwischst mir nicht danke ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert jetzt ist das Stromnetz an der Reihe ok die Jungs von Black Arrow haben ganz schön dran rumgefrickelt als sie den zivilen Flugplatz für ihre Zwecke umgebaut haben dann ist es überlastet und instabil bleibt bis auf weiteres geschlossen ich muss nicht mehr ran ich muss nicht mehr ran auch gut wir möchten wir möchten daran erinnern Achtung 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 die Schießübung wurde auf 0800 verschoben ich wiederhole die Schießübung wurde verschoben die Schießübung die Schießübung die Schießübung wir können um dich herum schießen hm Achtung 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 an alle das Aufwand der Probe wurde abgeschlossen Achtung achtung ok kapiert hopp hopp hey ich komme Fischer, das ist er du bist erledigt, Ausloch ich komme was? du hast dich mit dem Falschen angelegt da ist da, bereits zu sterben verstecken es für Feiglinge-Fischer ja, sicher, Ausloch wir sind doch nicht so bescheuert und gehen da rein so du willst wohl, dass wir dir folgen, vergesse scheiße, Mann, wir bleiben hier bleibt in Deckung, wir gehen da nicht rein wir müssen diesen Kerl finden, schnell scheiß Fischer, ab ihn bringen wir es hinter uns wollen doch mal sehen, was du er ist reingegangen hey, du hast keine Chance, Mann da ist er eigentlich Fischer hättest bei der Dame bleiben sollen scheiße, scheiße, scheiße ich glaub das nicht komm raus und ich hab dich bringen wir es hinter uns du Felder komm aus deinem Versteck hilf dir doch nicht nein, nein, ach du scheiße nicht jetzt kannst dich nicht verstecken äh, das war ein nein wo sind meine Schalldämpfer wo sind meine Schalldämpfer ich hab die ach quatsch, ich muss ja Tür öffnen der Strom ist weg wirf das Notstromaggregat an los gute Arbeit Sam und jetzt zu meinem Auto es steht vor dem Tor etwas abseits doch so kommst du nicht weit was hast du mir nicht gesagt es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug setz sie vier ein und schalte sie aus ich dachte dein Auto sei sauber naja, das ist es auch aber wenn sie dich sehen können hilft dir das auch nicht weiter denk mal drüber nach ob du mir nicht noch was verschwiegen hast genau komm wenn du dich oh man er ist da drüben hier für dich oh ich komme jetzt du Arschloch kurz und schmerzlos Bewegung, Bewegung, los das ist ein Flugplatz kein Spielplatz willst du dich ewig verstecken hier höre ich mich vorstoßen ich sichere dich ich gehe rein komm, ich weiß dass du hier bist zeig dich scheiße du hast nichts drauf hast du gehört vorstoßen erledigen wir den Typen Bewegung, los, los oh ja ich komme dich entfohlen Mann Blindgranate Vorsicht ich behalte ihn im Auge schalt ihn aus das ist er da drüben ne Fehler meinerseits gute Arbeit Sam und jetzt zu meinem Auto es steht vor dem Tor etwas abseits doch so kommst du nicht weit was hast du mir nicht gesagt es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug setz sie hier ein und schalte sie aus ich dachte dein Auto sei sauber naja das ist es aber wenn sie dich sehen dann geht das auch nicht weiter denk mal drüber nach ob du mir nicht noch was verschwiegen hast oh Mist du kommst nicht leben vom Flugplatz halt die Klappe Scheiße er wirft ne gerade ab was doch es liebt dich lach ich etwa Arschloch was sagst du jetzt Arschloch na Kugelsicher hoff ich los Bewegung ich hab doch nie gedrückt ach ja Leute gute Arbeit Sam und jetzt zu meinem Auto es steht vor dem Tor etwas abseits doch so kommst du nicht weit was hast du mir nicht gesagt es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug setz sie hier ein und schalte sie aus ich dachte dein Auto sei sauber naja das ist es auch aber wenn sie dich sehen können hilft dir das auch nicht weiter denk mal drüber nach ob du mir nicht noch was verschieben hast ich komme vorstoßen und den Kerl erledigen los 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 Granatentdeckung verschwend nicht meine Zeitpenner tja erwegt dich komm schon sei ein Mann zeig du bist drüben er ist festgenagelt knappen wir ihn er ist weg haltet eure Augen auf sagt der Richtige komm schon Mann zeig ein Feigler zeig dir feine Sache ja wieder aufgeladen mhm ja lass los so gehen wir zu Fuß hier längs aber Mist Fischer nimmt den Flugplatz auseinander ich werde dich erledigen ich werde dich erledigen ich werde dich erledigen irgendwie los 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 Bewegung ihr Penner wir gehen rein und schnappen ihn uns los Magazin leer Los, 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 los! Habe Kontakt verloren. Benötige sofort Verstärkung. Ein Kampf Mann gegen Mann ist wohl zu viel für dich. Ich hätte so eine Finger. Mist! Es muss von da drüben gekommen sein. So, ich komme jetzt, du Arschloch. Du bist ja los, Fischer. Du bist erledigt. Bist du eine Ratte auf der Mülle? Umgebung genau im Auge behalten. Legen wir los. Bewegung, Bewegung, los! Komm raus, Fischer. Ist ja peinlich. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Mach jemand mal bitte das Licht aus? Das sieht übel aus. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Du kannst dich nicht ewig verstecken. Wenn es sein muss, drehe ich hier jeden Stein um. Komm, ich weiß das... Hab ich dich! Willst du fliege? Das hätte auch besser laufen können. Ja. Bin ich der Brillanteste hier drin? Und C4. Grim, hab mich um die Schlüssel gekümmert. Gut, bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Achtung, Achtung! Die Autos, die wir vorhin, hätten alle dahinter. Es ist ganz unvoll. Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen hier fest. Gute Idee. Zum Glück hab ich nicht fester gehauen. Sie haben die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Komm, Fischer! Seid dich! Was zippt mich! Ich komm dich her, Toru, Mann. Der Gefangene ist immer noch auf der Flucht. Bewegung, los, los! Verstecken ist für Mädchen, ich weiß, dass du hier bist. Er ist weg! Hat jemand gesehen, wo er ist? Ja, ich. Wo ist er hin? Achtung! Der Gefangene verfützt über Kampferfahrung. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Oh, scheiße! Da ist Fischer! Vorstoßen! Erledigen wir den Typen! Hat er mich noch nicht gesehen. Da! Er muss da drüben sein! Wir haben ihn! Vorstoßen! Woher doch? Er ist festgenagelt! Er ist festgenagelt! Schnappen wir ihn! Der Bier! Los, Bewegung! Wenn ich dich erwische, steckst du ganz schön in der Scheiße! Abschnitt durchsuchen! Wir müssen ihn finden und ausschalten! Los! Hältst dich wohl für besonders tief, Fischer! Ich hab was gefunden! Ach, was? Ich seh ihn! Oh, du bist den... Oh, oh! Hättest beide Dame bleiben sollen, kannst dich nicht verstecken! Komm! Ich seh dich, Fischer! Du bist tot! Ja, weil der... Ja, weil der... Ja, weil der... Nur der letzte Kerl hat mich getötet. Oh, weil der... Der Fischer nicht um die Sturkotet hat. Grim, hab mich um die Schlüssel gekümmert. Gut, bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Ach, du, die Autos, die dir folgen, könnten alle dahinter. Oh, das ist kein Zufall. Zerstöre das Sicherheitssystem. Und sie sitzen hier fest. Gut, die Idee. Zum Glück hab ich nicht fester gehauen. Wir haben dir erlaubt, dass Feuer zu eröffnen. Suche einen Flugzeug, Fischer! In der Nähe, ich lass dich fliegen! Der Kerl wird langsam erfinderisch. Auf dem Weg! Schau mal! Mehr hast du Arsch nicht drauf? Kaum zu fassen! Suche jeden Empfänger! Er muss in der Nähe sein! Zur Arbeit geleistet! Ah! Du Scheiße! Das ist Fischer! Macht ihn kalt! Hey! Letzgranate! Wie lange willst du das noch machen, hä? Mist! Mist! Oh, Scheiße! Das ist ein Flugplatz! Ganz viel Platz! Der Gefangene verfügt über Kaffenerfahrung. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Das mach ich notfalls den ganzen Tag! Komm raus, du Arsch! Brenzgranate, Vorsicht! Na, wen haben wir denn da? Ich hab hier was für dich! Schnapp ihn dir! Feuerschutz, ich schnapp ihn dir! Dachte ich's mir doch! Du bist feige! Wir haben noch maximal zwei Siedel. Komm, suchen! Oh, Mann! Er muss da drüben sein! Mist! Findest du das witzig? Ich geb dir gleich was zu lachen! Er ist da drüben! Okay, Plan B. Durchrennen. Überlebende sind erlaubt. Grim, hab ich um die Schlüssel gekümmert. Gut, bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Achtung! Die Autos, die ihr vorhanden, das bin ich nicht! Ich bin zufrieden! Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen da. Und die Idee, zum Glück hab ich nicht fester gehauen. Sie haben die Erlaubnis, das Feuer zu erinnern. Bewegung! Los, los! Komm schon! Hier bitte ich! Werfe Blattgranate in Deckung! Einfach jämmerlich, Fischer! Komm raus! Los, ausschwärmen! Such mir den Ball! Der Gefangene ist immer noch auf der Flucht. Der Gefangene ist noch auf der Flucht. Oh, Mann! Das ist ein schnelles Ende! War die Dame nicht nett, wenn du bist? Scheiße! Was? Achtung! Der Gefangene ist noch auf der Flucht. Willst du ein Flugzeug klauen? Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Bring mir das hinter uns! Waffe fallen lassen, er gibt dich! Los! Je länger ich suche, muss es so wütender werde ich! Fischerfress für Feiglinge, Fischer! Hältst du mich? Misch! Scheiße! Oh, Mann, verdammt, was ist hier passiert? Klasse! Da ist Fischer! Ah! Hast du die Dame nicht gemocht? So, ich komme jetzt, du Achtel! Er ist da drin! Wir gehen rein und schnappen ihn uns! Los! Los, los, los! Los, los, los! Wo zum Teufel ist er hin? Habt ihr was gesehen? Ich sehe ihn da drüben! Komm, los, nicht! Wir wollen doch mal sehen, was du kannst! Los! Ja, versteck dich vor mir! Da ist Fischer! Habt ihr ihn! Umgebung genau im Auge behalten! Legen wir los! Gegenseitig sicher! Los, los, los! Komm raus, Fischer! Ist ja peinlich! Lade nach! Hat jemand ein Magazin übrig? Wir müssen ihn finden und aussch... Was? Da drüben! Keiner flieht von unserem Stützpunkt, Fischer! Die sagten, du seist ein zäher Hund! Na komm, ich zeig mir, was du drauf hast! Mist! Das war's, Penner! Zeig mir, was du drauf hast! Waffe fallen lassen! Ergib dich, los! Komm, Fischer! Kann ihn irgendetwas sehen? Wir müssen den Kerl finden! Ich hab keine Zeit für diesen Scheiß! Komm raus! Ich hab dich verloren! Wo ist die... Au! Schön, Ruhig, Ben! Was hat die Dame zu dir gesagt? Oh, Mann! Na, bereit zu sterben? Gib auf, Arsch! Lenngranate! Du bist hier nicht der Einz... Sonst noch jemand? Na, geh doch. Hm? Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Ja. Ich muss das nicht... Das andere liegt auch. Hast du gehört? Ich warte hier, vielleicht kommt er ja vorbei. Wenn du denkst, du könntest dich verstecken, hast du dich getäuscht. Der Flugplatz ist zu klein dafür. Scheiße! Er muss irgendwo dort sein. Scheiße! Komm, mein Schreiber! Ich hab hier was für dich für mich nicht. Komm raus! Bewegung, ihr Penner! Was du kannst, Penner! Sterben, meine leichtesten Übungen. Ich bin voll der Fan. Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Hör zu! Ich weiß, dass du hier bist. Mach es uns nicht so schwer und komm raus! Hier ist nichts. Gehen wir weiter. Falls dir das entgegen sein sollte, das hier ist nicht länger ein öffentlicher Flugplatz. Jetzt komm raus! Runter! Ah! Scheiße! Ich glaube, er ist da drüben. Du kommst nicht lebend vom Flugplatz! So, ich komme jetzt, du Arschloch. Schnappen wir uns den Schweinehorn. Scheiße! Wir haben ihn! Vorstoßen! Hör zu, du Weichei! Irgendwie stimmt er was nicht. Irgendwas mache ich falsch. Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Wenn du rauskommst, bleibst du vielleicht am Leben. Komm raus! Ah! Gib auf! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Sag mir, wie mutig du bist! Komm raus! Okay, sag mal! Warte mal! Was? Hast du das gesehen? Er muss... Hast du das gesehen? Es muss von da drüben gekommen sein! Ich komm dich jetzt holen, Mann! Er ist festgenagelt! Schnappen wir ihn! Du bist tot, Fischer! Zeig dich! Irgendwie packt das Spiel gerade hier an der Ecke. Sag, das ist er! Da drüben! Versteck dich! Ist gesünder, Arschloch! Du spinnst ja wohl! Ich geh da nicht rein! Da raus? Soll das ein Witz sein? Mich kriegt nicht... Oh, scheiße! Oh, scheiße! Und Tür öffnen. Gleich ist alles vorbei. Ja, Tür schließen. Auch gut. Paladin 9 Security. Victor Kost am Apparat. Vic, hier ist Sam. Ich bin in der Stadt und könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du Hilfe brauchst, sollten wir das nicht am Telefon besprechen. Mann, was zum Teufel ist denn da bei dir los? Wusste, dass du das erkennst. Erinnert dich das an etwas? Ja. Irak. Hey, Sam. Wie geht's deiner Kleinen? Mir geht's gut. Hat er ein Bild von ihr in der Post. Ich glaube, ihre Mutter hat dir dabei geholfen. Klassen, meine Kinder malen mir nicht. Die schreiben nicht mal. Die wissen halt, dass du nicht lesen kannst, Mann. Lach dir nur. Wenn ich hier erst mal raus bin, hast du einen Kindergarten? Na ja, ich hab gehört, dass die in Kindergarten Aufnahmeprüfungen haben, Sam. Und ich das schaff. Sam vertraute mir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir beide am Golf eine Menge durchgemacht haben. Nachdem Thad Ekelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte. Kaski, hier Uhrfahrtbasis. Unsere Drohne zeigt zwei Tote. Ihr Gruppenführer ist nicht zu sehen. Vermutlich ebenfalls tot. Suchen Sie Deckung. Wir holen Sie raus. Okay, das war er jetzt im nächsten Part. Mein Name ist John, es ist nur Spieltips. Das war Let's Play Spinter Cell Conviction. Wir sehen uns. Ciao.